Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. Geld, Geld! Ich hab all das, was dem Fotzen so gefällt. Cheer, was geht ab, ihr kleinen Anarchisten? Herzlich willkommen zurück zu Alex Anarcho, einer weiteren Podcast-Folge mit dem unglaublichen wichtigen Werk, was wir uns gerade reinziehen, und zwar das Scheingeldsystem, wie der Staat unser Geld zerstört, von dem lieben und guten Murray Newton Rothbard, einem der schillerndsten Sterne an unserem Ökonomiehimmel, und ja, um was geht's in dieser Folge? Wir schauen uns ja gerade die staatlichen Eingriffe in das Geldwesen an, also nachdem wir festgestellt haben, was denn Geld überhaupt ist, einfach ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel und was Geld so alles kann, zum Beispiel Wert speichern, Preise, Rechnungseinheit, eine Kosten- und Verlustrechnung ermöglichen, und ja, was man mit Geld so alles machen kann, also zum Beispiel in ein Lagerhaus bringen, wenn es jetzt zum Beispiel Gold ist und dann Quittungen rausbringen, nachdem wir das alles gelernt haben, also kurz gesagt, wie Geld auf dem freien Markt funktioniert, haben wir uns jetzt in den letzten paar Folgen angeschaut, wie denn der Staat in unser Geldwesen eingreift. Und da sind wir schrittweise vorgegangen, wir haben erstmal festgestellt, ne, was macht denn der Staat überhaupt, wie bekommt er denn sein Geld, und festgestellt, das ist ja fast wie bei einer Mafia, wo man so sagt, ja, ey, gib uns mal Geld, sonst passiert hier irgendwas Schlimmes. Und ja, fast war hier etwas sarkastisch gemeint, das ist nämlich genauso mit dem einzigen Unterschied, dass der Staat generell die Legitimität in den Augen der Bevölkerung genießt, dass die Bevölkerung halt meint, ja, das darf der machen, ne. Genau, da haben wir uns genauer angeschaut, wie denn der Staat sein Einkommen vergrößern kann, indem er nämlich nicht jetzt direkt sagt, gib mir dein Haus oder gib mir dein Leben, sondern der macht das viel versteckter, viel subtiler, indem er sich nach und nach dein Geld aneignet. Einmal kann er das durch Besteuerung machen, dass er zum Beispiel sagt, hey, von jedem Lohn, den du bekommst, möchte ich einen bestimmten Prozentzahl abbekommen. Oder das noch gemeinere Mittel ist eben die Inflation, dass der Staat die Kontrolle über das Geld erlangt und dann anfängt, das Geld zu entwerten, indem er Falschgeld in den Umlauf bringt. Das nennen wir auch Inflation. Und jetzt in dieser Folge werden wir uns genauer, ja, die letzten Schritte sozusagen anschauen. Wir werden nämlich jetzt mit dem Teil über die staatlichen Eingriffe fertig werden. Aber genau, ja, ein wichtiger Schritt war, das haben wir in der letzten Folge gelernt, erstmal Zentralbanken zu etablieren. Also eine Bank für Banken. Und das ist natürlich super wichtig, wenn wir eine zivilisierte Gesellschaft haben wollen. Was wären wir nur ohne die Zentralbank? Ja, wahrscheinlich nicht viel mehr als Steinzeitmenschen, die mit Kohle an die Wand malen würden. Genau, aber die Zentralbank, die macht uns zu vollen Bürgern einer zivilisierten Gesellschaft nicht. Aber genau, die Zentralbank ist super wichtig, weil sie eben dem Staat erlaubt, so ein Proxy zu erschaffen, ja, ein erweiterter Arm des Staates ist. Und der Staat kann durch die Zentralbank die Inflation lenken. Also er kann davon profitieren, weil der Staat will ja nicht nur einfach eine Inflation haben. Obwohl alle Regierungen prinzipiell zur Inflation tendieren, reicht das natürlich nicht aus, einfach nur eine Inflation zu haben, sondern was der Staat tatsächlich will, ist am Hebel zu sitzen, wo die Inflation hingeht und natürlich da auch immer schön seine Tasche aufzumachen, dass da ein gehöriger Anteil in seine eigene Tasche purzelt. Also das ist die Aufgabe letztendlich der Zentralbank. Und das wird dann natürlich maskiert in Aussagen wie, ja, die Zentralbank, das ist wichtig für die Preisstabilität. Und ohne eine Zentralbank geht ja Chaos in der Wirtschaft und wir brauchen das alles. Und Gold ist ja rückschrittig und altmodisch. Wir wollen das mit Papiergeld machen. Das ist viel besser. Und genau. Also das haben wir uns alles in der letzten Folge angehört. Und wie immer, wenn wir solche Bücher lesen, ist es wichtig, dass du dir diese Folge anhörst, also die vorige Folge und die Folge davor und die Folge davor. Also, dass du beim Anfang anfängst. Weil ansonsten ist das hier alles ein bisschen aus dem Kontext gegriffen und viele Sachen wirst du vielleicht nicht so verstehen können. Okay, genau. Das war so die kurze Zusammenfassung. Fünf Minuten habe ich super gemacht. Noch ein kleines Wort der Warnung für die Leute, die das hier auf YouTube oder auf DTube oder auf sonstigen Videoplattformen schauen. Podcast abonnieren. Ja, einfach mal auf iTunes Alex Anarcho eingeben, auf Spotify oder auf dem Podcast Grabber deiner Wahl. Gibt es überall. Ich finde persönlich die Podcast Alternative einfach viel attraktiver als YouTube. Stell dir mal vor, du gehst gerade spazieren und du möchtest meine attraktive Stimme in deinem Ohr haben, aber du hast den Podcast noch nicht abonniert. Ja, dann bleibt dir eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass du die YouTube App öffnest. Ja, das ruft doch schon so ein bisschen Ekel hervor, weil es ja letztendlich von Google ist. Und Google ist ja nicht unser Freund und Helfer, sondern eher so die schleimige Datenkrake, die überall ihre Tentakeln drin hat. Und der größte Nachteil ist dann noch, dass wenn du den Screen lockst, dann ist auf einmal das Audio weg. Und das ist doch super scheiße. Generell, ja, du kannst jetzt YouTube Music holen. Ich meine, wer macht sowas? Aber wenn du einer von diesen Menschen bist, dann funktioniert das auch mit dem Screen Lock. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Du kannst das Ganze kostenlos bekommen und zwar einfach, wenn du den Podcast abonnierst. So, nach dieser Einleitung, meine Freunde, möchte ich, ja, sagen wir einfach mal, ich fange an. Wir lesen das zehnte Kapitel und zwar mit dem Titel Die Abkehr vom Goldstandard. Die Einrichtung einer Zentralbank beseitigt die Beschränkungen für die Ausdehnung von Bankkrediten und bringt die Inflationsmaschinerie in Gang. Damit werden jedoch nicht alle Schranken beseitigt. Das Problem der Zentralbank selbst bleibt weiterhin bestehen. Also, ganz wichtiger Punkt, wenn wir eine Zentralbank haben, dann haben wir viele von diesen Beschränkungen, die eben ein freier Markt Banken auferlegt. Zum Beispiel die Menge der Kunden einer Bank, die Menge der Bankensystems insgesamt und so weiter. Das schränkt die Geldausdehnung oder die Kreditausdehnung der Banken krass ein. Ja, wenn wir jetzt aber eine Zentralbank haben, eine Bank der Banken, dann sind viele dieser Beschränkungen beseitigt, aber eben nicht alle. Und zwar das Problem der Zentralbank bleibt weiterhin bestehen. Zwar ist es immer noch denkbar, dass es einen Run auf die Bank gibt, doch das ist höchst unwahrscheinlich. Eine ernstzunehmendere Bedrohung ist jedoch der Verlust von Gold an andere Nationen. Genauso wie durch die Expansion einer Bank Gold an die Kundschaft der anderen, nicht expandierenden Bank verloren geht, so führt monetäre Expansion in einem Land zum Goldverlust an die Bürger anderer Länder. Länder, die schneller expandieren, laufen Gefahr, Gold zu verlieren und mit auf Gold lautenden Forderungen an ihr Bankensystem konfrontiert zu werden. Das war das klassische, kreisläufförmige Muster im 19. Jahrhundert. Die Zentralbank eines Landes dehnt ihre Kredite aus. Die Preise steigen. Und wenn das neue Geld sich von der heimischen auf die ausländische Kundschaft verteilt, versuchen die Ausländer immer mehr von dieser Währung in Gold einzutauschen. Schließlich muss die Zentralbank der ganzen Sache Einhalt gebieten und eine Kreditverringerung erzwingen, um die Währung zu retten. Also im Prinzip genau das gleiche Problem, was wir auch schon bei den Banken auf nationaler Ebene gesehen haben. Das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt hier halt auf internationaler Ebene und zwar zwischen den Zentralbanken. Wenn ein Land oder eine Zentralbank zu schnell expandiert, dann sagen die anderen Zentralbanken, ja Moment mal, wir wollen jetzt hier unsere, keine Ahnung, unsere Dollar in Gold eintauschen. Und kleiner Spoiler Alert, das ist tatsächlich auch so passiert mit Frankreich und den USA. Die hatten ganz viele Dollar angehäuft und wollten die irgendwann eintauschen, weil die USA halt schneller inflationiert haben als die Franzosen. Es gibt einen Weg, die Auslöseforderungen aus dem Ausland zu vermeiden. Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken. Wenn sich alle Zentralbanken darauf einigen würden, in gleichem Maße zu inflationieren, würde kein Land Gold an ein anderes verlieren und die ganze Welt könnte zusammen beinahe unbegrenzt inflationieren. Da allerdings jede Regierung eifersüchtig über ihre eigene Macht wacht und jeweils andere Einflüssen ausgesetzt ist, war eine solche Zusammenarbeit im Gänsemarsch bisher fast unmöglich. Sehr nahe kam dem das American Federal Reserve Agreement zur Förderung der Inflation auf dem amerikanischen Binnenmarkt in den 1920er Jahren. Ziel dieses Abkommens war es, Großbritannien zu helfen und davor zu bewahren, dass es Gold an die Vereinigten Staaten verliert. Also und wie können sich die Länder dagegen wehren, dass jetzt ein Land zu schnell inflationiert? Ja, wir müssen einfach uns zusammenschließen und zusammenarbeiten. Haltet zusammen, meine Freunde. Und wenn die Zentralbanken das alles zusammen machen, ja, dann gibt es kein Ungleichgewicht sozusagen und kein Land kann jetzt seine Forderungen in Gold von einem anderen Land fordern, ja, weil das eigene Land die Geldmenge im gleichen Maße expandiert. Und das ist tatsächlich auch versucht worden mit dem American Federal Reserve Agreement, um eben die, um eben Großbritannien zu retten oder um mit denen zu helfen. Aber hier gibt es wieder ein Problem generell, wie bei allen Kartellen irgendwo ein Problem entsteht, also bei freiwilligen Kartellen. Ein Kartell, ganz grob gesagt, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Individuen oder Gruppen oder Organisationen, die sich auf irgendwas einigen. Ganz klassisch ist das immer, stellt euch vor, alle Telefonanbieter einigen sich darauf, ey, lasst uns die Preise, den kleinsten Preis, den man fordern kann für einen Telefonvertrag sind 20 Euro. Und die Unternehmen einigen sich dann untereinander, ja, okay, wir machen das. 20 Euro ist der niedrigste Preis, den wir unseren Kunden anbieten. Generell, wenn die jetzt keine, keine Aufsicht haben, ja, kein höheres Glied sozusagen in der Kette, was es ihnen befehlen kann und sie bestrafen kann, wenn sie das Agreement brechen, wenn sie die Versprechung, die Vereinbarung brechen, dann ist es im Interesse jeden des einzelnen Unternehmens, dieses Agreement zu brechen und zu sagen, ja, ey, aber Leute, wir können doch für 15 Euro unsere Telefonverträge verkaufen, weil, wenn alle anderen Unternehmen sich an die Abmachung halten, dann bekommen wir die ganzen Kunden, weil wir den günstigsten Preis haben. Und so denkt halt jedes Unternehmen in diesem Kartell. Deswegen, ganz prinzipiell, auf einem freien Markt kann es keine Kartells geben. Damit wir ein Kartell etablieren können, ja, ein wunderbares Kartell, dafür brauchen wir natürlich den Staat. Der ist dann eben, äh, zum Beispiel mit einer Lizenz. Äh, du musst eine Lizenz haben, um Telefonanbieter werden zu können und, ähm, die Preise werden auch gesetzlich geregelt. Und dann haben wir eben dieses höhere Glied in der Kette sozusagen, dass die Unternehmen, die sich nicht an die Vereinbarung halten, bestrafen kann. Ganz wichtig natürlich bei einem Kartell, wer guckt da in die Röhre? Vor allem jetzt bei einem staatlichen Kartell, na, das ist immer der Konsument. Also derjenige, der dann eben den Mobilfunkvertrag nicht für 15 Euro bekommt, sondern für 20 Euro. Und genau wie bei den, ähm, ja, Organisationen, also zum Beispiel den Telefonanbietern, ist das jetzt eben auch bei den Zentralbanken. Es gibt ja kein höheres Glied, was denen befehlen kann, ja, macht mal so oder macht mal so. Und deswegen wäre es im Interesse jedes einzelnen Landes, da, ja, eifersüchtig zu sein auf ihre Macht und eben sich nicht an die Abmachungen zu halten. Okay. Im 20. Jahrhundert zogen es die Staaten bei der Konfrontation mit großen Einlösebegehren vor, einfach vom Goldstandard abzugehen, anstatt zu deflationieren oder ihre Inflation einzuschränken. Also das ist jetzt ein neuer Weg, wie man, äh, sich aus der Bredouille ziehen kann, ja, also wir weichen einfach vom Goldstandard ab. Auf diese Weise kann eine Zentralbank natürlich niemals in Konkurs gehen, da ihre Noten nun zum Standardgeld werden. Kurz gesagt weigert sich der Staat, zu guter Letzt seine Schulden zu begleichen und er hat praktisch auch das Bankensystem von dieser Pflicht entbunden. Zuerst wurden ungedeckte Pseudo-Belege für Gold ausgegeben und dann, als der Tag der Abrechnung näher rückte, wurde der Bankrott schamlos dadurch ergänzt, dass einfach die Pflicht zur Einlösung in Gold abgeschafft wurde. Die Loslösung der verschiedenen Währungsnamen, Dollar, Pfund, Mark, von Gold und Silber war nun vollständig. Also das hatten wir ja auch schon in den vorigen Folgen angesprochen. Es ist ganz wichtig für den Staat, ein Proxy zu schalten zwischen dem Goldgewicht, ja, dass wir zum Beispiel sagen, eine Zwanzigstel und zu Gold. Das machen wir nicht, ja, das wäre die kognitive Dissonanz zu groß. Wir sagen lieber der Dollar dafür. Und wenn wir einmal diesen artifiziellen Namen Dollar eingeführt haben, dann fällt es uns auch gar nicht so schwer zu sagen, ja, der Dollar ist jetzt nicht mehr an Gold gebunden. Und was wir hier jetzt haben, ist schon ein Foreshadowing an die nächste Folge. Und ich will jetzt hier auch gar nicht zu krass spoilern, aber prinzipiell das, was hier beschrieben wird, ist tatsächlich in der Weltgeschichte genauso passiert. Wir haben zuerst ungedeckte Pseudo-Belege, also ein Papierschein ist nicht mehr ein Beleg für ein bestimmtes Gewicht an Gold in irgendeinem Warenhaus, in einem Lagerhaus, sondern es ist einfach nur ein Schein Papier. Und da ist kein bestimmtes Gewicht an Gold dahinter, was man dann auf Verlangen wieder zurückbekommt, sondern das ist einfach nur ein Schein Papier. Und also von diesem System ist einfach der nächste Schritt zu sagen, ja, kein Schein wird mehr in Gold eingelöst und damit ist man vom Goldstandard abgewichen. Anfangs leugneten die Staaten, dass dies eine dauerhafte Maßnahme sei. Sie sprachen von Zahlungseinstellungen und es galt als abgemacht, dass der Staat nach Beendigung des Krieges oder anderer Notfälle wieder seine Verpflichtungen nachkommen würde. Als die Bank von England am Ende des 18. Jahrhunderts vom Goldstandard abwich, blieb es zwar 20 Jahre lang dabei, doch es galt immer als abgemacht, dass die Goldauszahlungen nach Beendigung der französischen Kriege wieder aufgenommen werden würde. Also, liebe Leute, das ist immer das Beste, wenn es einen Notfall gibt. In Notfällen wird der Staat wirklich zu sich selbst und es kann alles ein Notfall sein. Also hat man mal Flugzeuge, die in Hochhäuser reinfliegen oder denkt euch irgendwas aus. Jedes Ereignis kann zu einem Notfall ausgeschlachtet werden, das dann als Rechtfertigung für bestimmte staatliche Maßnahmen benutzt wird. Und dann kann man mal sagen, ja, wir sind jetzt hier im Krieg, wir müssen ja diesen Krieg weiterführen und finanzieren. Wir müssen jetzt von diesem schändlichen Goldstandard abweichen, weil der uns ja überhaupt nichts bringt. Und nichts dauert, also das ist auch so eine wichtige Weisheit des Lebens, nichts ist anhaltender als eine temporäre Maßnahme des Staates. Also, wenn der Staat sagt, ja, das ist nur für eine bestimmte Zeit, könnt ihr sicher sein, dass das für immer und ewig so sein wird. Ich meine, nicht zuletzt, ja, die Steuern, die erhoben wurden, ja zum Beispiel Einkommenssteuer oder so, das war immer nur so, ja, das brauchen wir, damit wir den Kriegseffort finanzieren können. Und heutzutage haben wir es immer noch, obwohl wir ja anscheinend nicht mehr im Krieg sind. Okay, also zeitweilige Einstellungen, also genau das, sind jedoch der erste Schritt zur glatter Verweigerung. Der Goldstandard ist schließlich kein Wasserhahn, der je nachdem, wie es der Regierung beliebt auf- oder zugedreht werden kann. Entweder ist ein Goldbeleg einlösbar oder er ist es nicht. Sobald die Einlösung ausgesetzt wird, kann von einem Goldstandard nicht mehr die Rede sein. Also, das ist einfach binär, ja. Wenn ich einen Papierschein habe, eine Quittung eigentlich für ein bestimmtes Gewicht an Gold und ich gehe zum Warenhaus, zum Lagerhaus und lege den auf den Tisch und sage, so, meine Freunde, ich würde gerne euch diesen Schein zurückgeben und dafür das darauf spezifizierte Gewicht an Gold zurückhaben. Und wenn das Warenhaus jetzt sagt, nö, können wir nicht machen, dann ist auch, das ist kein Goldstandard mehr, ja, dann ist dieser Beleg einfach nur Papier und wertlos. Und es ist jetzt eben nicht so, dass die Regierung mal sagen kann, ja, wir sind zwar noch auf dem Goldstandard, aber gerade nicht, ja, also für die nächste Zeit, solange der Notfall halt noch anhält, können wir den Goldstandard nicht wahrnehmen. Aber wir sind noch auf dem Goldstandard. Keine Sorge, keine Sorge. Das ist nicht so. Es ist einfach ein binäres System. Bekomme ich für meinen Geldschein, für meinen Beleg, bekomme ich da das spezifizierte Gewicht an Gold? Ja oder nein? Wenn ich das Gewicht an Gold ausgehändigt bekomme, alles klar, dann sind wir auf einem Goldstandard, dann ist dieser Papierschein einfach nur ein Substitut für das Gold. Wenn ich mein Geld nicht ausgehändigt bekomme, dann sind wir auch nicht auf einem Goldstandard. Dann habe ich einfach, wurde ich verarscht, wenn man das mal salopp sagen kann, ja. Dann hat mir jemand gesagt, ja, hier, ich lagere das Gold für dich und wenn du mit dem Schein zurückkommst, dann kriegst du dein Gold wieder. Dann kommst du mit dem Schein an und der sagt, nein, kann ich leider nicht machen. Das nennt man verarscht, ja. So. Und ganz wichtig, diese zeitweilige Einstellung, ja, dass man sagt, ja, das ist nicht für immer so. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die endgültige Entkopplung, weil wieder wie bei einer vorigen Folge schon angesprochen, wenn der Präzedenzfall einmal gesetzt ist, dann ist es ganz einfach, da einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ja, sorry, können wir jetzt einfach nicht mehr machen. Ein weiterer Schritt zur langsamen Auslöschung des Goldstandards war die Einführung des Goldbarrenstandards. In diesem System kann die Währung nicht mehr in Münzen, sondern nur noch in großen, sehr teuren Goldbarren eingelöst werden. Das hat zur Folge, dass die Einlösung in Gold auf eine Handvoll Außenhandelsspezialisten beschränkt bleibt. Es gibt zwar keinen wirklichen Goldstandard mehr, doch die Regierungen können weiterhin verkünden, ihm treu zu sein. Die europäischen Goldstandards der 1920er Jahre waren solche Pseudostandards. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld du auf der hohen Kante hast, aber wahrscheinlich die meisten von uns haben nicht so viel Geld, dass man sich jetzt mal einen Goldbarren kaufen kann. Ja, ein Kilo Gold, das ist schon sehr teuer. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, alles, was drunter unter diesem Goldbarren ist, je nachdem, wie schwer der ist, das kann nicht mehr in Gold eingelöst werden. Also eigentlich, welchen Leuten hier am ehesten geschadet wird, sind natürlich den, ja wie sagt man da, ökonomisch benachteiligten Menschen, die sich das einfach nicht leisten können. Denen wird der Goldstandard verwehrt, während den reichen Leuten, die können natürlich sich die Goldbarren kaufen und nach wie vor auf einem, in Anführungszeichen, Goldstandard weiter existieren. Wichtig ist jetzt hier natürlich, das ist kein richtiger Goldstandard. Ein richtiger Goldstandard wäre einfach, wenn wir alles Geld, in Anführungszeichen, in Gold wieder eintauschen könnten. Oder am besten gesagt noch, wenn alles Geld Gold wäre. Aber, genau, also das müssen wir einfach nur uns festhalten. Alles, was nicht absolut Gold ist, auch wenn ich nur ein, was weiß ich, ein Gramm, ein Hauch von Gold habe, sozusagen. Wenn ich das nicht für mein Papiergeld einlösen kann, dann sind wir nicht auf einem Goldstandard, sondern das ist einfach nur ein Pseudostandard. Ein Feigenblatt sozusagen, was sich die Staaten umhängen können, um dann groß zu posaunen. Ja, aber wir sind doch noch auf einem Goldstandard. Legen Sie sich wieder hin, lieber Bürger, kein Grund zur Panik. Also, schließen wir dieses Kapitel ab. Schließlich gingen die Staaten unter einem Strom von Beschimpfungen gegen Ausländer und unpatriotische Geldhorter offiziell und endgültig vom Gold ab. Staatliches Papier wurde nun zur ungedeckten Zeichengeldwährung. Manchmal waren auch Papierscheine des Finanzministeriums das Zeichengeld. Besonders in den Zeiten vor der Einführung eines Zentralbanksystems. Die amerikanischen Continentals, die Greenbacks, die Confederate Notes des Bürgerkriegs und die französischen Assignaten waren allesamt Zeichengeldwährungen, die vom Schatzamt ausgegeben wurden. Doch ob Zeichengeld nun vom Schatzamt oder von der Zentralbank ausgegeben wird, seine Auswirkungen sind die gleichen. Nämlich, die Währung ist jetzt der Willkür der Regierung ausgeliefert und Bankeneinlagen sind nur in staatlichem Zeichengeld einlösbar. Also, das ist das wichtige Fazit von diesem Kapitel. Ich lese es nochmal vor. Die Währung ist jetzt der Willkür der Regierung ausgeliefert und Bankeneinlagen sind nur in staatlichem Zeichengeld einlösbar. Also, was heißt das genau? Das heißt, die Regierung kann entscheiden, was sie machen will, wie sie die Geldmenge erweitern möchte und alle Bankeinlagen, also Geld, was du bei einer Bank hast, sind jetzt nur noch Papier. Das ist nur noch staatliches Zeichengeld, also ungedeckte Papierscheine. Wir hatten ja in dem vorigen Teil gelernt, normalerweise war das Bankensystem so, du bringst Gold zur Bank, bekommst eine Quittung, diese Quittung ist ein Papierschein und diesen Papierschein kannst du halt leichter tauschen als jetzt zum Beispiel das direkte Gold. Und das macht halt nur Sinn, wenn das eine Quittung für Gold ist. Und jetzt haben wir aber ein System, wo wir auch mit Papierscheinhandel betreiben. Das heißt, die Papierscheine sind das Tauschmittel, das Geld, aber hinter diesen Papierscheinen steht eben keine Metallgeldwährung, sondern es ist einfach nichts dahinter. Absolut gar nichts. Und das nennen wir auch ein staatliches Zeichengeld. Und jetzt haben wir eben uns vom Goldstandard abgewendet. Ja, jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo das Papiergeld, so wie heute, meine Freunde, so wie in der letzten Folge, als wir uns den Euro-Schein genauer angeschaut haben, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo einfach nur noch Papier im Umlauf kursiert und dieses Papier an nichts mehr gebunden ist. Und natürlich auch die Menge der Papierscheine durch nichts mehr limitiert ist. Und das war ja das eigentliche, der eigentliche Sinn der Sache sozusagen aus Perspektive der Regierung. Nun gut, dann kommen wir zum elften Kapitel und zwar trägt das den Namen Zeichengeld und das Goldproblem. Wenn ein Land den Goldstandard verlässt und eine Zeichengeldwährung einführt, erhöht es die Zahl der existierenden Geldarten. Zuzüglich zu den wahren Geldarten Gold und Silber gedeihen nun unabhängige Geldarten, die von den Regierungen, die die Herrschaft ihres Zeichengelds erzwungen haben, gelenkt werden. Und genau wie Gold und Silber auf dem freien Markt einen Wechselkurs haben, so wird der Markt auch Wechselkurse für alle anderen Geldarten bestimmen. In einer Zeichengeldwelt wird der Kurs jeder Währung, sofern dies nicht behindert wird, frei im Verhältnis zu den anderen schwanken. Wir haben gesehen, dass der Wechselkurs zweier Währungen sich nach den entsprechenden Kaufkraftparitäten richtet und dass dies wiederum durch die jeweiligen Angebote und Nachfragen nach einzelnen Währungen bestimmt werden. Wenn sich der Charakter einer Währung ändert und ein Goldbeleg zum Zeichengeld wird, wird das Vertrauen in die Stabilität und die Qualität dieser Währung erschüttert und die Nachfrage nach ihr geht zurück. Da sie nun vom Gold losgelöst ist, wird auch deutlich, dass ihre Menge sehr viel größer ist als die vormalige Golddeckung. Da ihre Menge größer als die des Goldes und die Nachfrage nach ihr geringer ist, wird ihre Kaufkraft und mithin ihr Wechselkurs im Verhältnis zu Gold schnell fallen. Und da Staaten von Natur aus zu Inflation neigen, wird die Entwertung im Laufe der Zeit immer weiter voranschreiten. Also, wenn wir das einmal geschafft haben, wir haben ein ungedecktes Zeichengeld etabliert. In den anfänglichen Phasen läuft das noch parallel zum Warengeld. Das heißt, wir haben zwei Arten von Geld. Einmal das Warengeld, also einfach Gold oder Silber in irgendeiner Form, sei es Barren, sei es Münzen. Und wir haben einmal das Zeichengeld, also einfach nur Papierschein. Und jetzt, wie bestimmt sich die Kaufkraft der jeweiligen Währung, also zum Beispiel zwischen Goldmünzen und Zeichengeld. Na, das ist eben eine Funktion des freien Marktes. Das kommt dann auf das Angebot und die Nachfrage an. Prinzipiell ist es jetzt aber so, dass wenn wir einmal feststellen, oh, unser Papiergeld ist jetzt gar nicht mehr an Gold gebunden, dann haben wir nicht mehr so viel Vertrauen in dieses Papiergeld. Das heißt, die Qualität und die Stabilität dieser Währung ist erschüttert. Und daraufhin geht die Nachfrage nach dem Zeichengeld zurück. Und es ist auch klar, dass wenn das losgelöst wird, dass die Menge, das heißt das Angebot von diesem Zeichengeld viel größer ist, als das Angebot des Goldes. Und daraufhin geht die Kaufkraft weiterhin zurück. Im Verhältnis jetzt natürlich zu Gold. Und natürlich Staaten neigen von Natur aus zu Inflation und deswegen über die Zeit hinweg wird diese Kaufkraft immer weiter fallen. Also die Kaufkraft von dem Zeichengeld. Eine solche Entwertung bringt den Staat in arge Verlegenheit. Und sie ist besonders schmerzlich für jene Bürger, die versuchen, Güter zu importieren. Die Existenz des Goldes in der Wirtschaft erinnert ständig an die schlechte Qualität staatlichen Papiergeldes und stellt immer eine Bedrohung dar, das Papiergeld als Landeswährung zu ersetzen. Selbst wenn der Staat sein Zeichengeld mit seinem ganzen Prestige und mit Hilfe von Währungsgesetzen stützt, sind Goldmünzen in den Händen der Öffentlichkeit ein ständiger Vorwurf und eine Gefahr für die Herrschaft der Regierung über das Geld des Landes. Also die Existenz von einer alternativen Währung, das ist dem Staat ein Dorn im Auge. Ja, das ist eine Währung, die er nicht so unter Kontrolle hat, eben wie sein eigenes Zeichengeld. Er kann hier nicht einfach inflationieren, wie es ihm beliebt und deswegen ist es eine ständige Bedrohung der Landeswährung. Und ich denke, das nachfolgende Beispiel illustriert das ganz gut. Während der ersten amerikanischen Depression 1819 bis 1821 gründeten vier westliche Staaten, nämlich Tennessee, Kentucky, Illinois und Missouri, staatseigene Banken, die Papiergeld herausgaben. Sie wurden gestützt durch Bestimmungen über gesetzliche Zahlungsmittel innerhalb der Staaten und manchmal durch gesetzliche Verbote, die Noten zu entwerten. Und doch scheiterten all diese Experimente, die so hoffnungsvoll begonnen wurden, da das neue Papiergeld rasant auf einen unbedeuteten Wert fiel. Die Vorhaben mussten schnell aufgegeben werden. Später, während und nach dem Bürgerkrieg, waren die Greenbacks im Norden als ungedecktes Zeichengeld im Umlauf. Trotzdem weigerten sich die Einwohner Kaliforniens, die Greenbacks anzunehmen und verwendeten weiterhin Gold als ihr Geld. Ein bekannter Ökonom stellte dazu fest, Zitat, in Kalifornien wie in anderen Staaten war das Papiergeld gesetzliches Zahlungsmittel und wurde zur Begleichung öffentlicher Abgaben angenommen. Es gab auch weder Misstrauen noch Feindseligkeit gegenüber der Bundesregierung. Es gab nur eine starke Neigung zum Gold und gegen das Papiergeld. Jeder Schuldner hatte das gesetzliche Recht, seine Schulden mit entwertetem Papiergeld zurückzuzahlen. Doch sobald er das tat, haftete ihm ein Keinsmal an. Der Kreditgeber veröffentlicht nämlich seinen gewöhnlichen Namen in einer Zeitung und er wurde praktisch boykottiert. Während dieser ganzen Zeit wurde in Kalifornien kein Papiergeld verwendet. Die Menschen dieses Staates machten ihre Geschäfte in Gold, während der Rest der Vereinigten Staaten konvertierbares Papiergeld verwendete. Zitat Ende. Also wichtig ist jetzt hier und ich finde das ganz eindrucksvoll, in Kalifornien zu dieser Zeit eben, also nach dem Bürgerkrieg, wo alle in Amerika eigentlich die Greenbacks verwendeten und ich kenne mich jetzt da nicht so genau aus und ich denke, du kennst dich da auch nicht so genau aus, spielt jetzt aber eigentlich auch keine große Rolle. Wichtig ist, die Greenbacks waren also ein Zeichengeld, eine ungedeckte staatliche Währung, ein Papiergeld einfach nur und es gab Gesetze, die eben gesagt haben, ey Leute, alle Geschäfte können mit den Greenbacks absolviert werden. Das heißt eben auch, ich lese das Zitat nochmal vor, jeder Schuldner hatte das gesetzliche Recht, seine Schulden mit entwertetem Papiergeld zurückzuzahlen. Das heißt, du konntest das machen, auch in Kalifornien. Per Gesetz musste der Kreditgeber das Papiergeld annehmen, aber trotzdem wurde dieses Papiergeld, die Greenbacks kaum oder gar nicht in Kalifornien verwendet. Und zwar deswegen, weil sobald du deine Schulden in dem Papiergeld zurückbezahlt hast, konntest du am nächsten Tag deinen Namen in der Zeitung lesen, weil dein Kreditgeber einfach eine Anzeige veröffentlicht, hey Herr Müller oder Herr so und so haben mir meine Schulden in Papiergeld zurückgezahlt. Leute, passt auf, wenn ihr dem Geld leiht, der zahlt euch mit Papiergeld zurück, was ja letztendlich wertlos ist. Und dann hast du einfach keinen Kredit mehr bekommen. Das heißt, es war nicht in deinem Interesse, dieses Papiergeld tatsächlich auch zu benutzen. Und dieser Marktmechanismus, dieser Boykott, der hier eben gegen Leute gefahren wurde, die Papiergeld benutzt haben, hat dazu geführt, dass diese Greenbacks gar nicht in Kalifornien zum Einsatz kamen. Den Regierungen wurde klar, dass sie es sich nicht leisten konnten, den Leuten den Besitz und die Verwendung von Gold zu gestatten. Der Staat könnte niemals seine Herrschaft über die Währung der Nation zementieren, wenn die Menschen notfalls das ungedeckte Papiergeld verwerfen und wieder zum Gold als zu ihrem Geld wechseln könnten. Dementsprechend ächteten die Regierungen den Goldbesitz ihrer Bürger. Im Allgemeinen wurde Gold, mit Ausnahme eines unbedeutenden Teils, der sich in der Industrie oder als Schmuck Verwendung fand, verstaatlicht. Also Gold wurde verstaatlicht. Die Rückerstattung des beschlagnahmten öffentlichen Besitzes zu fordern, gilt gegenwärtig als hoffnungslos rückständig und altmodisch. Also, der Staat erkennt, Leute, wir können unsere Herrschaft über das Geldsystem nicht zementieren, wenn wir eine konkurrierende Währung erlauben, namentlich Gold. Deswegen müssen wir das Gold verstaatlichen und es letztendlich illegal machen, dass die Leute, dass die Bürger Gold besitzen dürfen. Und auch hier ein kleiner Spoiler-Alert für die Leute, die das nicht wussten. In den 30er Jahren, in den 1930er Jahren in den USA hat Franklin Delano Roosevelt, FDR, persönlich den Goldbesitz kriminalisiert. Das heißt, wenn du Gold besaßt, hat dir, glaube ich, eine Gefängnisstrafe bis zu zehn Jahren gedroht. Zehn Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Ich weiß nicht, was man oder wie viele Leute man totschlagen muss, damit man so viel bekommt. Aber das ist schon heftig gewesen, vor allem zu der Zeit damals. Also, ich meine, heute in den Vereinigten Staaten, da brauchst du ja nur mal die falsche Pflanze in der Tasche zu haben und dann droht dir vielleicht auch so eine Strafe. Aber damals war das echt heftig. Und das passiert halt einfach so. Ja, die Regierung kann ja machen, was sie will und hat sie eben hier auch gemacht. Aber wir merken uns aus diesem Kapitel, eine konkurrierende Währung ist der Regierung ein Stolperstein und kann nicht geduldet werden. Auch ein ganz interessanter Punkt, wenn wir uns dieses Beispiel in die heutige Welt rufen. Ja, weil heute ist ja eigentlich auch eine alternative Währung etabliert worden und zwar Bitcoin. Und Bitcoin kann eben jetzt von Leuten benutzt werden. Was würde denn passieren, wenn Kreditgeber in Zukunft sagen würden, ja, ich leihe dir eine bestimmte Summe Geld, aber ich möchte das in Bitcoin zurückbezahlt haben. Was würde dann passieren? Kleine Anmerkung an meiner Seite. Ich glaube natürlich schon, dass gewisse Staaten dazu übergehen werden, den Besitz von Bitcoin zu kriminalisieren. Es ist jetzt halt nur die Frage, wie man das überprüfen kann. Weil Bitcoin Bitcoin sind ja digital. Die können ja einfach oder die sind in der Blockchain gespeichert. Alles, was der Mensch dafür braucht, um die Bitcoin zu bewegen, ist eine lange Zahl, seinen Private Key. Und diesen Private Key kann man auf ein Blatt Papier schreiben. Den kann man sich notfalls auch merken. Und dann ist halt die Frage, wie will die Regierung das konfiszieren? Und da liegt natürlich auch einer der großen Vorteile von Bitcoin drin, dass es eben nicht so leicht konfisziert werden kann, wie jetzt zum Beispiel ein Barren Gold. Also, keine Ahnung, wenn bei dir zu Hause ein SWAT-Team einbricht und eine Hausdurchsuchung macht, dann würden sie das Gold wahrscheinlich schneller finden als das Bitcoin. Oder als die Bitcoin. Oder besser gesagt, als die Private Keys für die Bitcoin. Aber das führt jetzt hier an dem Thema ein bisschen zu weit hinaus. Wir lesen nämlich weiter mit dem zwölften Kapitel Zeichengeld und das Greshamsche Gesetz. Also Greshams Gesetz, das kennen wir noch aus vorigen Folgen. Nur kurz zum Widerrufen ins Gedächtnis. Greshams Gesetz besagt, wenn der Staat bestimmte Währungen, Kurse, Wechselkurse festlegt, dann sind nach einer gewissen Zeit, ist die eine Währung überbewertet und die andere unterbewertet. Und die überbewertete Währung wird die unterbewertete Währung aus dem Markt drängen. Und wir hatten das Beispiel gemacht mit der Geldbörse, wo eben, sagen wir mal, sind drei Papierscheine drin und drei Goldmünzen. Die Papierscheine sind überbewertet. Das heißt, man bekommt mehr für sie, als sie eigentlich wert sind. Und die Goldmünzen sind unterbewertet, weil eben das Verhältnis zwischen Goldmünzen und Papierschein staatlich festgelegt ist. Welchen Schein gibst du zu, oder welches Geld gibst du zuerst aus? Wahrscheinlich das überbewertete Geld. Also das überbewertete Geld drängt das unterbewertete Geld aus dem Umlauf, wenn der Staat in das Geldwesen eingegriffen hat, beziehungsweise da die Preise kontrolliert. Also mit der Einführung von Zeichengeld und der Ächtung des Goldes ist der Weg frei für eine vollständige, regierungsgelenkte Inflation. Nur eine sehr weit gefasste Begrenzung bleibt noch. Die Gefahr einer Hyperinflation, der Zusammenbruch der Währung. Hyperinflation tritt auf, wenn die Leute erkennen, wie versessen der Staat auf Inflation ist und sich daraufhin entschließen, die inflatorische Besteuerung ihrer Vermögen zu umgehen, indem sie ihr Geld so schnell wie möglich ausgeben, solange es noch einen gewissen Wert hat. Bis die Hyperinflation einsetzt, kann der Staat jedoch ungestört die Währung und die Inflation lenken. Es treten allerdings neue Schwierigkeiten auf. Wie immer schafften staatliche Eingriffe zur Verbesserung eines Problems nur eine Unzahl neuer, unerwarteter Schwierigkeiten. In einer Zeichengeldwelt hat jedes Land sein eigenes Geld. Die auf einer internationalen Währung beruhende internationale Arbeitsteilung ist gestört und die Länder spalten sich der Tendenz nach in ihre eigenen autarken Einheiten auf. Mangelnde Sicherheit in Gelddingen stört den Handel noch weiter. Dadurch nimmt der Lebensstandard in jedem einzelnen Land ab. Jede Landeswährung hat freischwankende Wechselkurse zu allen anderen Währungen. Ein Land, das stärker inflationiert als andere, fürchtet zwar nicht mehr den Verlust von Gold, doch es muss andere unangenehme Konsequenzen hinnehmen. Der Wechselkurs seiner Währung fällt im Verhältnis zu ausländischen Währungen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern geradezu beunruhigend für die Bürger, die eine weitere Entwertung befürchten. Es erhöht auch in großem Maße die Kosten für importierte Güter und das ist insbesondere für Länder mit großen Außenhandelsorientierung von einiger Bedeutung. Also nachdem der Staat es jetzt geschafft hat, sein Zeichengeld einzuführen und das Gold aus dem Markt zu drängen, hat der eigentlich mehr oder weniger freie Bahn für seine Inflation. Nur eine letzte Hürde bleibt noch und zwar die Gefahr der Hyperinflation. Und Hyperinflation ist halt dann, wenn die Einheit, wenn das Geld super schnell an Wert verliert. Ich glaube aktuell ist das definiert als 50 Prozent Wertverlust innerhalb von einem Monat. Und das trifft eben dann zu, wenn die Leute erkennen, oh ja der Staat, der betreibt einfach Inflation immer weiter. Das ist nicht nur eine temporäre Maßnahme, sondern das ist einfach eine grundsätzliche Haltung. Und das führt eben zu unglaublich vielen Problemen für die gesamte Wirtschaft. Und vor allem, ja also gibt es weniger Sicherheit. Man kann jetzt zum Beispiel nicht mehr sparen, sondern man muss sich überlegen, soll ich mein Geld vielleicht jetzt sofort ausgeben, weil jetzt kann ich mir noch einigermaßen was davon leisten und morgen oder vielleicht sogar nächste Woche oder nächstes Jahr werde ich mir davon nichts mehr leisten können. Das heißt jetzt, anstatt auf ein Auto zu sparen, also auf eine größere Investition, kaufe ich mir vielleicht lieber was heute, weil dann habe ich noch was. Das heißt, ich versuche aus der Währung heraus zu flüchten. Ein voriger Schritt war ja auch schon, dass die Regierung eben gesagt hat, so unsere, unser Zeichengeld lässt sich nicht mehr in Gold einlösen. Und das heißt, die Regierung muss jetzt nicht befürchten, dass sie ihre Goldreserven verliert, aber sie muss was anderes fürchten. Und zwar demonstriert sich das im Außenhandel, das heißt im Import-Export-Business, ja zum Beispiel Deutschland exportiert viele Autos. Wenn jetzt die Bundesregierung in Deutschland, angenommen jetzt mal wir hätten keinen Euro, sondern Deutschland hätte noch die Deutsche Mark, also eine eigenständige nationale Währung. Und diese, und die Deutsche Bundesregierung oder die Bank, die da, die Zentralbank, die dafür verantwortlich ist, die betreibt halt heftige Inflationen. Für den Export wäre das jetzt nicht so schlecht, aber für den Import wäre das sehr schlecht, weil die, die deutsche Mark ja dann im Verhältnis zu anderen Währungen, als zum Beispiel zum Franc oder zum Dollar und so weiter fällt. Das heißt, zu importieren aus den anderen Ländern wird extrem teuer. Also letztendlich trifft das hier auch wieder die Bürger, eben gerade solche, die Import-Export-Business betreiben. Das passiert also, wenn die Wechselkurse zwischen den unterschiedlichen Zeichengeldern schwanken können. Deshalb sind die Regierungen in den letzten Jahren dazu übergegangen, die frei schwankenden Wechselkurse abzuschaffen. Stattdessen haben sie die Wechselkurse zu anderen Währungen willkürlich festgelegt. Das Grashamsche Gesetz sagt uns genau, wohin solche willkürlichen Preiskontrollen führen. Wie auch immer der Kurs festgelegt wird, es wird nicht der Kurs des freien Marktes sein, da dieser nur Tag für Tag auf dem Markt bestimmt werden kann. Daher wird immer eine Währung künstlich überbewertet und eine andere künstlich unterbewertet. Im Allgemeinen haben Staaten ihre eigenen Währungen bewusst überbewertet. Aus Prestigegründen und auch aufgrund der daraus resultierenden Konsequenzen. Wird eine Währung per Dekret überbewertet, tauschen die Leute sie schnell gegen die unterbewertete Währung vorteilhaft ein. Dies verursacht einen Überschuss an der überbewerteten und eine Knappheit an der unterbewerteten Währung. Kurzum wird der Kurs daran gehindert, sich so zu verändern, dass der Markt geräumt wird. In der heutigen Welt sind die Währungen im Verhältnis zum Dollar im Allgemeinen überbewertet worden. Die Folge war die berühmte Erscheinung der Dollar-Knappheit. Ein weiterer Beweis für die Gültigkeit von Greshams Gesetz. Also das ist ja ganz klar. Wenn ich eine überbewertete Währung habe, sagen wir mal, ich habe Papiergeld und ich kann mit diesem Papiergeld Goldmünzen kaufen, die unterbewertet sind, dann werde ich natürlich sofort all mein Papiergeld ausgeben, um mir die unterbewertete Goldmünze zu kaufen. Das heißt, die überbewertete Währung wird an den Markt geflutet, sozusagen. Es gibt einen Überschuss an der Währung und sofort wird alles Gold aufgekauft. Das heißt, es gibt eine Knappheit an Gold. Und weil der Kurs gefixt ist, die Preise sind kontrolliert, können sich jetzt eben nicht die Preise nach oben adjustieren, dass man eben sagt, ja, Gold ist jetzt halt teurer. Das heißt, es stellt sich wieder eine Gleichheit, eine Balance zwischen dem Wechselkurs ein, sondern eine Währung ist halt künstlich verknappt worden. Und historisch gesehen war das eben zum Beispiel der Dollar. Der Dollar wurde unterbewertet, die anderen Währungen im Verhältnis wurden überbewertet. Das heißt, alle Leute haben sich Dollar gekauft und dann auf einmal entstand eine Dollar-Knappheit. Länder, die über die Dollar-Knappheit klagten, hatten sie also durch ihre eigene Politik erst hervorgerufen. Es ist gut möglich, dass sie diesen Zustand in Wirklichkeit begrüßten, da er ihnen a. eine Entschuldigung gab, nach amerikanischer Dollarhilfe zur Linderung der Dollar-Knappheit in der freien Welt zu rufen und b. eine Entschuldigung lieferte, Importe aus den Vereinigten Staaten zu rationieren. Durch die Unterbewertung des Dollars wurden Importe aus den Vereinigten Staaten künstlich verbilligt und Exporte nach den Vereinigten Staaten künstlich verteuert. Ergebnis, ein Handelsdefizit und Besorgnis über den Dollarabfluss. Die betreffende Regierung teilte ihren Bürgern dann traurig mit, dass es unglücklicherweise notwendig sei, die Importe zu rationieren. Das heißt, Lizenzen an Importeure zu vergeben und bedarfsorientiert festzustellen, was importiert wird. Um Importe zu rationieren, beschlagnahmen viele Regierungen den Devisenbesitz ihrer Bürger und stürzen den künstlich hohen Wert ihrer Währung, indem sie diese Leute zwingen, weit weniger Landeswährung zu akzeptieren, als sie auf dem freien Markt dafür bekommen hätten. So wurde Gold und Devisen verstaatlicht und die Exporteure bestraft. In Ländern, in denen der Außenhandel eine lebenswichtige Rolle spielt, bedeutet diese staatliche Devisenwirtschaft praktisch eine erzwungene Verstaatlichung der Wirtschaft. Ein künstlicher Wechselkurs gibt den Ländern mithin eine Entschuldigung dafür, Auslandshilfe zu fordern und eine sozialistische Handelslenkung zu erzwingen. Also ein Land, was diese Dollarknappheit herbeiführt oder unter einer Dollarknappheit leidet, in Anführungszeichen, hat letztendlich gewisse Vorteile bzw. die Regierung hat Vorteile. Das heißt, es gibt auch ein Motiv hier sozusagen von einer Regierung, seine eigene Währung im Verhältnis zum Beispiel zum Dollar überzubewerten. Einerseits gibt es die Grundlage für die Entschuldigung, dass man halt an die Amerikaner ruft und sagt, bitte gebt uns Dollar, wir haben zu wenig Dollar in der freien Welt oder bitte schüttet mehr Dollar aus. Und die zweite Entschuldigung ist dann eben, dass man dann zur eigenen Regierung sich umdreht und sagt, oh Leute, tut uns leid, wir würden so gerne, aber wir müssen leider die Importe rationieren. Das heißt, wir müssen schauen, was importiert werden darf und was nicht. Und natürlich vergeben wir dann Lizenzen, die man bei uns erwerben kann und nur wer eine Lizenz hat, darf dann auch tatsächlich importieren. Also ein Handelsdefizit und Besorgnis über den Dollarabfluss. Letztendlich, was wir dadurch erreicht haben, ist natürlich ganz klar, dass der Markt, der freie Markt wurde verstaatlicht und der Staat hat mehr Kontrolle über die Wirtschaft. Und deswegen sagt der Rothbard hier auch die sozialistische Handelslenkung. Also Sozialismus bedeutet, alle Produktionsgüter sozusagen sind in staatlicher Hand, in öffentlicher Hand, wie man so schön sagt. Aber öffentlich ist eigentlich ein fehlgeleitetes Wort, weil es ist ja nicht so, dass es dir und mir dann freisteht, wie wir das machen wollen, sondern es ist tatsächlich eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft, die sich da eben Mafia, Entschuldigung, Staat nennt und die dürfen dann entscheiden. Also das ist wirklich hier ein Euphemismus, dass man dann sagt, öffentliche Hand, eigentlich ist das die staatliche Hand. Die kriminelle staatliche Hand, sollte man vielleicht sogar sagen. Jetzt wird hier noch der Devisenmarkt angesprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht, was Devisenmarkt ist. Ich habe das einmal amateurhaft im Internet recherchiert. Kurz gesagt, Devisenmarkt ist also der Handel mit ausländischen Währungen. Und also das könnte jetzt zum Beispiel sein, du hast eine bestimmte Menge an Dollar und du schaust eben, ja, wie läuft denn der Dollar zum Euro und wenn es vorteilhaft für dich ist, dann verkaufst du deine Dollar für Euro und wenn es vorteilhaft für dich ist, dann verkaufst du die Euro für Dollar. Das ist der Devisenmarkt und der wurde eben dann verstaatlicht. An dieser Stelle möchte ich das vielleicht auch noch ganz kurz anmerken, falls das nicht klar sein sollte. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. Also falls du das besser weißt als ich, dann kannst du natürlich gerne in meine Diskussionsgruppe kommen, AA Diskurs und da deine Meinung kundtun und ich werde das dann gegebenenfalls auch bei der nächsten Folge nochmal anmerken, inwiefern ich mich da getäuscht habe oder inwiefern das nicht ganz korrekt war. Weil Devisenmarkt wirklich, das ist so eine Sache für, na, aber das zeigt das eben auch wieder. Für uns private Bürger ist das super weit weg, ja. Keiner von uns kennt sich damit wirklich aus und das liegt eben auch daran, dass dieser Devisenmarkt verstaatlicht wurde und das ist für uns private Bürger kaum noch zugänglich. Aber lesen wir einfach weiter. Gegenwärtig, also in unserer heutigen Welt, ist die Welt verstrickt in einem chaotischen Wirrwarr von Handelslenkung, Währungsblöcken, Beschränkungen des Devisenhandels und zahlreichen Kurssystemen. In einigen Ländern wird ein Devisenschwarzmarkt gesetzlich gefördert, um die richtigen Kurse herauszufinden und eine große Zahl willkürlicher Preise wird für verschiedene Geschäfte festgelegt. Fast alle Staaten haben eine Zeichengeldwährung, doch sie hatten nicht den Mut, dies geradeaus zuzugeben und so verkündeten sie Fiktionen wie den, Zitat, eingeschränkten Goldbarrenstandard, Zitat Ende. Heute wird Gold nicht so sehr zur Definition von Währungen verwendet, sondern weil es für die Regierungen bequem ist. Denn a, den Wechselkurs einer Währung zum Gold festzulegen vereinfacht die Berechnung von Geschäften in anderen Währungen und b, wird Gold immer noch von Regierungen untereinander verwendet. Da die Wechselkurse fest sind, muss irgendetwas übertragen werden, um die Zahlungen jedes Landes ins Gleichgewicht zu bringen und Gold ist daher der ideale Kandidat dafür. Kurz gesagt ist Gold nicht länger das Geld der Welt. Es ist jetzt das Geld der Regierungen, das sie für ihre Zahlungen untereinander verwenden. Natürlich ist der Traum der Inflationisten eine Art Weltpapiergeld, das von einer Weltregierung und einer Weltzentralbank manipuliert wird und überall im gleichen Maße inflationiert. Dieser Traum ist jedoch noch trübe Zukunftsmusik. Es ist noch ein weiter Weg bis zu einer Weltregierung und die Probleme der nationalen Währungen waren bisher zu verschiedenartig und widerstreitend, um ein Zusammenführen zu einer Einheit zu gestatten. Dennoch hat sich die Welt sich ständig in diese Richtung bewegt. Der internationale Währungsfonds zum Beispiel ist im Grunde genommen eine Institution, die eingeführt wurde, um die nationalen Devisenkontrollen im Allgemeinen und die Unterbewertung des Dollars im Speziellen abzusichern. Der Fonds verlangt von jedem Mitgliedsland den Wechselkurs seiner Währung festzulegen und dann seine Vorräte an Gold und Dollar zu zentralisieren, damit es Regierungen, die knapp an harten Währungen sind, Kredite erteilen kann. Und damit ist das Kapitel Ende. Also, was haben wir jetzt hier noch gelernt? Ich fand das generell ein schwieriges Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wichtig fand ich jetzt den Satz, kurz gesagt, ist Gold nicht länger das Geld der Welt. Es ist jetzt das Geld der Regierungen, das sie für ihre Zahlungen untereinander verwenden. Das fand ich ganz wichtig. Früher war Gold das Geld der Welt im 19. Jahrhundert und da wurde mit Goldmünzen gehandelt. Das heißt, du bist morgens zum Bäcker gegangen, hast dir eine Zeitung für Gold gekauft, du hast dir dein Brot für Gold gekauft und das war alles schön und gut. Heutzutage hat keiner von uns mehr irgendeine Interaktion mit Gold, außer du suchst jetzt wirklich aktiv nach so einer Interaktion. Also zum Beispiel, dass du dich aufschwingst und sagst, ich möchte mir Gold kaufen. Das ist jetzt aber auch nicht so leicht. Ja, und das hat ja auch Gründe dafür, dass es nicht so leicht ist. Das wollen die Regierungen nicht, dass es leicht ist. Wie wir in dem vorigen Kapitel gesehen haben, ist so eine alternative Währung jeder Regierung ein Dorn im Auge. Und deswegen erschweren sie es halt. Aber prinzipiell haben die nichts gegen Gold. Sie wollen es halt nur für eine Elite reserviert haben, für ihre eigenen Machenschaften, also für die Angelegenheiten von Regierungen untereinander. Da kommt Gold dann zum Einsatz, aber für die normale Bevölkerung, für den Pöbel sozusagen, für dich und für mich, kommt das nicht zum Einsatz und das kommt auch nicht mal in Frage. Weil wir wären ja dann irgendwie losgelöst von unserer Herrschaft oder von der Herrschaft unserer wohlwollenden Overlords. Also und jetzt natürlich, wichtig hier an dieser Stelle auch, eine Vision für die Zukunft ist schon formuliert worden und zwar, dass wir ein Weltpapiergeld haben. Das heißt, alle Leute auf der Welt benutzen das gleiche Zeichengeld. Und das wird von einer Weltregierung und einer Weltzentralbank manipuliert. Und für die Leute, die sich schon in den tieferen Kreisen des Internets bewegen, die werden festgestellt haben, dass solche Pläne für eine Weltregierung, für eine New World Order tatsächlich schon formuliert wurden. Zum Beispiel von George Bush Senior. Und ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich darauf einrubbeln, die sich richtig geil fühlen, wenn sie von solchen Plänen Wind bekommen, weil sie halt denken, ja dann absolute Herrschaft, absolutes 1984. Dieses Problem, was wir vorher angesprochen haben, dass Regierungen untereinander im Wettbewerb stehen, dass Zentralbanken untereinander im Wettbewerb stehen, das hätten wir dann damit gelöst. Und jetzt wurde hier auch noch der Internationale Währungsfonds angesprochen, also IWF. Und der wurde eingeführt, damit die nationalen Devisenkontrollen abgesichert werden, im Speziellen die Unterbewertung des Dollars. Und ja, also, krasse Sache. Jetzt kommen wir zum Ende dieses Teiles, dieses abstrakten Teiles eigentlich, die staatlichen Eingriffe in das Geldwesen. Und das letzte Kapitel heißt Staat und Geld und ist vor allem einfach eine Zusammenfassung von allem, was wir bisher gelernt haben. Also, Ohren auf, das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Hier bewegen wir uns jetzt weg von diesem, also ich fand das mit dem Devisenmarkt, fand ich eigentlich echt schwer verständlich. Jetzt kommt nochmal ein Kapitel, was jeder verstehen kann und was auch super wichtig ist. Viele Leute glauben, der freie Markt biete, abgesehen von einigen zustande gekommenen Vorteilen, ein Bild der Unordnung und des Chaos. Nichts ist geplant, alles ist zufällig. Staatliche Anweisungen scheinen hingegen einfach und geordnet zu sein. Verordnungen werden erlassen und befolgt. In keinem anderen Bereich der Wirtschaft ist dieser Mythos weiter verbreitet als im Bereich des Geldes. Scheinbar muss wenigstens das Geldwesen unter scharfe staatliche Kontrolle gestellt werden. Doch Geld ist das Lebensblut der Wirtschaft und es ist Mittler aller Geschäfte. Herrscht der Staat über das Geld, so hat er bereits einen wichtigen Kommandoposten zur Kontrolle über die Wirtschaft an sich gebracht und ein Sprungbrett zum vollständigen Sozialismus geschaffen. Wir haben gesehen, dass ein freier Markt für Geld im Gegensatz zur herrschenden Meinung nicht chaotisch wäre. In Wirklichkeit wäre er ein Muster an Ordnung und Effizienz. Was haben wir denn über das Verhältnis von Staat und Geld gelernt? Wir haben gesehen, dass der Staat im Verlaufe der Jahrhunderte Schritt für Schritt in den freien Markt eingedrungen ist und vollständige Herrschaft über das Geldsystem erlangt hat. Wir haben gesehen, dass jeder neue Eingriff, auch wenn er manchmal harmlos erschien, neue und weitere Eingriffe nach sich zog. Wir haben gesehen, dass Regierungen von Natur aus zu Inflation neigen, da diese ein verführerisches Mittel der Regierung und ihren Lieblingen Einkünfte zu verschaffen. Die langsame, aber sichere Errichtung der Herrschaft über das Geldsystem ist also dazu verwendet worden a, die Wirtschaft nach staatlichen Vorgaben zu inflationieren und b, eine sozialistische Lenkung der gesamten Wirtschaft herbeizuführen. Zudem hat die staatliche Einmischung in das Geldwesen nicht nur unsägliche Tyrannei in die Welt gebracht. Sie brachte auch Chaos nicht Ordnung. Sie zerstückelte den friedlichen und produktiven Weltmarkt und zerschlug ihn in tausend Stücke, indem sie den Handel und den Investitionen, die Hände band und durch eine Unzahl von Beschränkungen, Kontrollen, künstlichen Preisen, Währungszusammenbrüchen usw. behinderte. Sie begünstigte die Entstehung von Kriegen, indem sie eine Welt, in der ein friedlicher Umgang herrschte, in einen Dschungel sich bekriegender Währungsblöcke verwandelte. Kurz gesagt zeigt es sich, dass Zwang im Bereich des Geldwesens genau wie in anderen Bereichen keine Ordnung, sondern Konflikt und Chaos bringt. Kapitelende und damit auch Teilende. Also, da möchte ich jetzt nochmal ein paar Kommentare raushauen. Ich finde das immer ganz schön, wenn wir halt so ganz klar sehen, ja, also Chaos und Unordnung, das ist ja immer die Assoziation, die uns weiß gemacht wird, dass Anarchie Chaos und Unordnung bringt. Da müssen wir uns einmal klar machen, dass Anarchie, wahre Anarchie, Anarchie, in der Eigentumsrechte respektiert werden, wo alle Menschen auf einer Ebene miteinander sprechen können, zu allem anderen führt als zu Chaos und Unordnung, ja. Also das Ergebnis ist eben genau das Gegenteil. Das Ergebnis ist ein höchstes Maß der Ordnung und auch der Effizienz. Es zeigt sich hier halt nur mal wieder, dass es ein super wichtiges Propaganda-Argument ist, den Leuten eben Angst vor alternativen Systemen zu machen. Angst vor alternativen Währungen, ja, Bitcoin ist für Kriminelle, für Terroristen, Gold ist altmodisch und rückschrittig und sich selber zu profilieren. Was würdet ihr nur ohne den Staat machen? Ja, ohne uns wäre die Welt so viel schlimmer. Dabei ist die Realität genau umgekehrt. Wie gesagt, in der Anarchie haben wir ein höchstes Maß von Ordnung und von Effizienz und in der staatlichen Welt, die ja eigentlich so geordnet und einfach erscheinen soll, haben wir ein höchstes Maß von Chaos, von Betrügereien, von Kriminalität und von Ungerechtigkeit. Und das ist so konterintuitiv, ja, weil uns von Kindesbeinen an wird uns beigebracht, dass es eben andersrum wäre, dass der Staat unser Retter und Helfer ist und dass die Anarchie, die Souveränität, ja, die Verantwortung über das eigene Leben, das ist eigentlich das, von dem wir wegkommen wollen, ja. Du willst doch nicht Entscheidungen über dein eigenes Leben treffen. Lass das mal lieber den Papa machen. So nach dem Motto. Und ich denke hier einfach, also was wir hier über das Geld lernen, das trifft auch auf alle anderen Bereiche zu, wo der Staat sich einmischt. In allen anderen oder in allen Bereichen, wo der Staat sich einmischt. Und wir müssen festhalten, der Staat ist einfach nur die Organisation des politischen Mittels. Und das politische Mittel ist eben nicht ein freiwilliges Einvernehmen von zwei Parteien, die sagen, ja, ich gebe dir das Geld und du gibst die Brezel, sondern das politische Mittel ist, gib mir dein Geld oder gib mir dein Leben. Ich mache, was ich will, weil ich einen Knüppel in der Hand habe oder eine Kalaschnikow oder was weiß ich, eine Atomrakete und du gehorchst mir gefälligst. Und wenn du es nicht machst, dann, ja, bringe ich dich um. Das ist das politische Mittel. Und das ist der Mechanismus, mit dem der Staat die Gesellschaft, mit dem der Staat dich regiert. Und es ist einfach super pervers, wenn die Leute dann denken, ohne Staat würden wir in einer chaotischen Welt leben mit sozialer Unruhe. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Staat ist der Vergewaltiger sozusagen, der dich täglich in den Arsch fickt und dann aber auch noch sagt so, ja, wenn du mich nicht hättest, dann wird es dir aber richtig schlecht gehen nach dem Motto. Also das muss man sich einfach klar machen. Und ich glaube, das, meine Freunde, ist auch die ultimative Red Pill, die man nehmen kann. Wenn man aus dieser Illusion ausgebrochen ist, wenn man das einmal geschluckt hat, ja, dass der Staat die Sache nicht besser macht, sondern dass der Staat von einer Gruppe von Leuten gesteuert wird, die sich selber bereichern daran und sich dann noch den Schutzmantel des Allgemeinwohls umstülpen und sagen, ja, wir sind die Retter der Welt und so weiter. Wenn man das einmal kapiert hat, dann, ja, fällt auf einmal alles in Platz und vieles macht Sinn. Und ich wollte hier das nochmal hervorheben. Geld, ich finde den Satz so gut. Doch Geld ist das Lebensblut der Wirtschaft. Es ist Mittler aller Geschäfte. Herrscht der Staat über das Geld, so hat er bereits einen wichtigen Kommandoposten zur Kontrolle über die Wirtschaft an sich gebracht und ein Sprungbrett zum vollständigen Sozialismus geschaffen. Also Sozialismus nochmal einfach, die Produktionsgüter sind in öffentlicher Hand. Und ich finde, also ich weiß nicht, ob das irgendein Denker gesagt hat, aber für mich ist das ganz klar. Das ultimative Produktionsgut, das bist du selber. Das ist der Mensch, ja. Du kannst, du bist derjenige, der Sachen produziert letztendlich. Und klar, da kommen Maschinen zum Einsatz und so weiter. Aber letztendlich ist der Mensch ein Produktionsgut. Und wenn du die Produktionsgüter in öffentlicher Hand hast, in staatlicher Hand hast und der Mensch ist eigentlich ein Produktionsgut, dann muss doch jeder Mensch in staatlicher Hand sein. Und das führt uns dann zu einem, ja, absolut dystopischen System, wo du nicht mehr über dich selber entscheiden kannst, sondern ein Komitee entscheidet über dich, ja. Erkorene, elitäre Führer, die absolute Weisheit mit den Löffeln gefressen haben, die können dann sagen, ja, du musst Zimmermann werden und nein, du wirst jetzt nicht, was weiß ich, Gesangslehrer oder irgendwas anderes. Zahntechniker, natürlich, das Beispiel muss kommen. Ähm, ja. Und das Geld ist eben hier ein wichtiger, wichtiger Meilenstein für den Sozialismus. Und das müssen wir uns auch klar machen. Das Geld heutzutage ist absolut in staatlicher Hand. Wir haben Zahlungsmittelgesetze, wir haben staatliches Zeichengeld, wir haben den Euro, wir haben den Dollar. Und das hat nichts, absolut gar nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun. Deswegen, ich finde, das ist halt auch immer das Perverse, ja. Und ich finde, hier müssen wir, du und ich, müssen Aufklärungsarbeit betreiben. Zum Beispiel die Finanzkrise von 2008. Das hat nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun. Und Leute, ja, Occupy Wall Street, die dann sagen, der Kapitalismus ist schuld. Die haben nichts verstanden. Unser heutiges System hat nichts mit Kapitalismus zu tun, ja. Das ist vielleicht 10 Prozent Kapitalismus und 90 Prozent Sozialismus. Und liebe Leute, ja, ich habe mir die Zahl jetzt aus dem Arsch gezogen. Also, das ist einfach nur so eine Einstellung. Aber ich würde sagen, allein schon die Kontrolle über das Geldsystem sind 50 Prozent Kontrolle über den freien Markt, beziehungsweise über die Marktwirtschaft. Und das ist super wichtig für den Staat, sich diese Kontrolle anzueignen. Und genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, aus dieser Kontrolle auszubrechen, alternative Währungen zu benutzen, wie Bitcoin, wie Monero, die nicht staatlicher Kontrolle unterliegen, sondern die einfach freie Systeme sind, mit denen wir direkt untereinander Handel betreiben können, die durch Mathematik und Kryptografie abgesichert sind, die fernab von jedem staatlichen Dekret sind. Und nur weil der Staat sagt, ey, ich hätte das gern so. Ja, der Staat sagt Fiat, also Fiat aus dem Lateinischen ist, äh, es werde. Zum Beispiel sagt Gott im Genesis, äh, Fiat Lux, also es werde Licht. Und der Staat sagt Fiat Geld, also es werde Geld. Und wenn nicht, dann wirst du abgeknallt. Ähm, ja, das ist, nur weil der Staat das sagt, ist das noch lange nicht so. Und oftmals ist es halt so, und das ist so eine krasse Realisierung, ja, der Staat sagt, ja, Papiergeld, es soll Geld sein, ja, es werde Geld. Nur weil der das sagt und nur weil der mit Gewalt alle Leute davon abhalten will, die sich nicht daran halten, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich hatte da neulich einen Podcast gemacht mit, ähm, also für die Leute, die diesen Podcast, diese Folge jetzt hier direkt am Veröffentlichungstag kommen, da ist der noch nicht draußen, aber ich habe einen Podcast gemacht mit Max Hillebrand, ein sehr intelligenter, äh, junger Mann, der sich mit, intensiv mit Bitcoin beschäftigt. Und der hat mich auf einen ganz interessanten Denkanstoß gebracht. Und zwar, äh, ach, und by the way, dieser Podcast mit dem Max, der kommt nicht hier auf meinem Kanal, sondern der kommt auf den BTC Echo Podcast, also für die Leute, die den noch nicht kennen, den BTC Echo Podcast mache ich auch hin und wieder. Ähm, und der hat gesagt, die, ähm, Natur von Gold oder die Eigenschaften von Gold, die sind in der Natur, in den Naturgesetzen festgelegt. Und er meinte irgendwie, ich weiß das jetzt nicht genau, ich, ähm, sag das jetzt nur aus der Erinnerung, Gold hat 73 Protonen. Also das Goldatom ist von der Natur aus so beschaffen, dass es 73 Goldatome hat. Und das ist einfach in der Gesetz, oder in dem Gesetz der Natur, im Gesetz des Universums, in der Physik verankert. Und nur, weil du jetzt sagst, ja, ich sag aber, das Goldatom hat 75 Protone und alles, was 75 Protone hat, das ist jetzt Gold, das macht das nicht so. Und, ähm, ähnlich verhält es sich halt mit Bitcoin, ja, du kannst bei Bitcoin, nur weil du eine bestimmte Sache sagst, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt 22 Millionen Bitcoin als Obergrenze, nur weil du das sagst oder nur weil du Code auf deiner Maschine ausführst, die diesen Regeln folgt, heißt das noch lange nicht, dass es für die Allgemeinheit so ist. Und das ist eben das unglaublich Mächtige, was solche unabhängigen Währungen, wie eben das Metallgold oder wie eben die Kryptowährung Bitcoin mit sich bringen. Ja, also das zu dem Teil. Dann, was ich auch super wichtig und hervorhebenswert finde, ist eben dieser graduelle Prozess, ja, dass das nicht, der staatliche Eingriff passiert nicht von heute auf morgen. Und wir landen nicht von heute auf morgen im Gulag, sondern das ist ein schleichender Prozess, ein Prozess des langsamen Abkochens, ein Prozess des, ja, immer weiter voranschreiten von staatlicher Kontrolle und natürlich, es kann mal kommen, dass es dann ein bisschen zu weit geht, ja, dann gehen die Leute auf die Straße, demonstrieren und die Politiker sagen, ja, das haben wir ja nicht so gemeint, das wollten wir ja nicht so. Und dann legen sich die Leute wieder schlafen und der Prozess geht weiter. Und nach und nach wird die Luft abgedrückt und die Ketten werden immer enger geschnallt und immer weniger Leute wehren sich dagegen. Und immer mehr Leute kommen ins Gefängnis, ja, dann wird auf einmal, keine Ahnung, jetzt wollen sie Tor kriminalisieren, also dass du für die Benutzung von The Onion Router direkt in den Knast kommst und so weiter. Und da wehren sich jetzt nicht alle Leute dagegen, ja. Wen interessiert das schon, was mit Tor passiert oder mit anderen Kryptowährungen, ja, mit Privacy-Coins wie Monero, ja, wenn das kriminalisiert wird, ja, juckt mich ja nicht, benutzt ja nur Bitcoin und die Ketten werden halt immer enger geschnallt. Und es gibt ja dieses tolle Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr von wem es ist, aber der meinte so, ja, als sie für die Juden gekommen sind, da habe ich nichts gesagt, ich war ja kein Jude, als sie für die Schwulen gekommen sind, habe ich nichts gesagt, war ja kein Schwuler. Und als sie dann für mich kamen, war niemand mehr da, der Einspruch erheben konnte. Ich habe das jetzt gebutchert, ich weiß, tut mir leid. Aber von dem Sinne her, ja, es ist immer ein gradueller Schritt-für-Schritt-Prozess von staatlichem Eingriff. Und wir müssen, das einzige Gegenmittel gegen diesen schleichenden Prozess ist eben eine prinzipienbasierte Opposition. Dass wir nicht sagen, oh ja, ich bin gegen den Mindestlohn von 10 Euro, weil das ist mir ein bisschen zu hoch, ich hätte eigentlich lieber gerne 9,50 Euro. Sondern, dass wir ein, dass wir nicht das machen, ja, dass wir nicht verhandeln, dass wir uns gar nicht erst hinreißen lassen zu der Verhandlung, sondern dass wir immer eine prinzipienbasierte Opposition haben. Ich bin gegen staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Und deswegen bin ich auch gegen eine staatliche Preiskontrolle von Lohnsätzen. Und genauso bin ich gegen eine staatliche Kontrolle vom Geldwesen, ja. Und ich bin auch gegen staatliche Zahlungsmittelgesetze. Warum sollte der Staat definieren können, was für ein Geld ich in meinen Geschäften benutze? Also, ich glaube, das einzige effektive Gegenmittel zu diesem Voranschreiten der staatlichen Intervention ist eben die prinzipielle, prinzipienbasierte Opposition von staatlicher Intervention. Und zu guter Letzt wollte ich noch hier einen Punkt hervorheben, und zwar, Inflation begünstigt die Entstehung von Kriegen, indem sie eine Welt, in der ein friedlicher Umgang herrscht, in einen Dschungel sich bekriegender Währungsblöcke verwandelt. Und da ist mir das Beispiel Iran eingefallen. Also, wer das jetzt nicht weiß, der Iran macht bei diesem ganzen US-Imperium Ding nicht so wirklich mit. Der Iran hat relativ viel Ölvorkommen, aber er möchte die nicht für Dollar verkaufen. Und die USA, die haben da im Nahen Osten ihre Finger im Spiel, ja. Die sind mit den Saudis im Bett und haben Militärbasen eigentlich rum, um den Iran herum. Und der Iran hat halt eben große Ölvorkommen. Und generell ist es halt so, dass wenn du Öl förderst, dann musst du das für Dollar verkaufen, ja. Und wenn du das nicht machst, dann kommt halt mal eine Drohne bei dir vorbei und lässt ein kleines Geschenk da. Und deswegen wird Öl generell für Dollar gehandelt. Ist auch letztendlich einer der Gründe, warum der Dollar heute noch einen Wert hat. Und der Iran macht da eben nicht mit. Und oh Wunder, oh Wunder, ja. Auf einmal sagt das Pentagon, ja, der Iran, das ist aber so ein bisschen komisch hier. Die wollen vielleicht Atomwaffen bauen. Und das sagen die schon seit über 20 Jahren. Noch nie hat der Iran wirklich Atomwaffen gehabt. Und das ist auch so ein krasser Doppelstandard, ja. Die USA, eine der größten Atommächte der Welt, sagt, oh wir wollen aber nicht, dass dieses kleine Land da im Verhältnis Atomraketen baut. Also ich meine, wie krass muss der Doppelstandard, muss die kognitive Dissonanz sein, dass du dir selber, ja, selber die Atomraketen hast und die dem nicht dem Iran auch gestatten willst. Unglaublich. Unglaublich. Und ich denke, hier finden wir wieder einen wichtigen Grund für die Kriege, die eben geführt werden, begünstigt durch die Inflation und eben auch hervorgerufen durch die Konflikte zwischen den einzelnen Währungen. Aber ich denke, mit diesem Schlusswort lasse ich es gut sein für heute. Ich bedanke mich natürlich vielmals für die Aufmerksamkeit für das Zuhören. Würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest. In der nächsten Woche, ja, findet so ein kleiner Magnum Opus statt. Ich habe mir nämlich vorgenommen, hier den nächsten Teil in einem Rutsch durchzulesen. Und zwar heißt der nächste Teil der monetäre Zusammenbruch des Westens. Und da werden wir behandeln, wie das denn tatsächlich Schritt für Schritt abgelaufen ist. Ja. Wie sind wir von einem Goldstandard im 19. Jahrhundert zu einem, ja, kompletten Fiat-Währungen-System im 21. Jahrhundert abgerutscht? Wie ist das passiert? Und das werden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge dann erkunden. Das wird also eine längere Folge werden. Sie wird sehr historisch werden. Ich glaube, ich werde da auch nicht so viel kommentieren, sondern vor allem vorlesen. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Must hier sozusagen. Und generell, wenn du findest, dass ich gute Arbeit mache, dann kannst du mich natürlich gerne finanziell unterstützen mit Bitcoin oder Monero. Und was mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hilft, mir Freude bereitet, ist, wenn du meinen Podcast teilst, also mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit deiner Familie und sagst, hey, ich habe hier was gelernt, was mir irgendwie die Augen geöffnet hat und was mir irgendwie auch so ein bisschen Angst macht, ja. Also ich meine, wenn wir uns vorstellen, was so eine Hyperinflation tatsächlich bedeuten könnte für uns, das hat natürlich massive Auswirkungen. Und ja, aber da sollte man vielleicht darauf vorbereitet sein. Also einfach die gute Nachricht teilen, ja, Klingel bei deinen Nachbarn und sag, haben sie schon die frohe Botschaft gehört. Und genau. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!